Heute eine Reaction A-Z-Diss-Track von Edis und Casey Rebel. Ich bin richtig gespannt. Ich kriege seit zwei Tagen nichts anderes auf meine TikTok4U als die Diss-Track. Weil da gab es wohl sehr viel Stress mit Jum Bro. Wegen irgendeiner Punchline. Also da ist auf jeden Fall sehr viel hin und her. Ich bin richtig gespannt, was da gedroppt wird, weshalb er so abgefuckt ist. Weil A-Z, so ein, zwei Leute dabei wahrscheinlich. Wir gehen rein. Klassisches YouTube-Intro. Oh, Jum Bro. Die Frau darf doch kennenlernen wie... Siehst du die? Die ist... Was machst du da, Bruder? Ach, nichts, Bruder. Ich reakte auf so ein paar Streamer. Die gehen mir alle so auf die Nerven. Wer, Bruder? Wer? Alle, Bruder. Die sind so, keine Ahnung, hier, da weint ein Jum Bro. Hier ist der am Step. Okay, okay, okay. Er schießt direkt los. Aber du sagst das die ganze Zeit schon. Seit einer Woche disst die doch alle. Ja, das hört sich gut. Ja, ist schon nice, mit Casey Rebel so ein Diss-Track zu schreiben. Ist, glaube ich, witzig. Ist, glaube ich, richtig witzig. Und wenn wir schon dabei sind, dissen wir alle von A bis Z. Bruder, das ist doch mein Reden. Die ganze Zeit schon. Wieso, Abi? Du hast es wieder gezeigt. Oder? Ja. Baller, wir haben eh nichts zum Scheißen. Komm, wir wissen jetzt kurz welche. Schauspiel kurz, ey, that's best. Aber das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen YouTuber-Verarsche, dass alles immer so zufällig passiert. Jungs, ich glaube, es war Schicksal, dass wir uns heute hier alle versammelt haben. Dann machen wir es eben nochmal. F***en wir wieder Rap. Ficken wir wieder Rap? Er hat schon mal Rap gefickt? Das habe ich gesehen, da hat er diesen Eldos ein bisschen gezeigt, dass man nicht sein Maul soweit aufmachen soll. Edis ist, glaube ich, auch, die haben ihn ja mal einen schmalen genannt, aber ich habe den da auf dieser Anime-Party getroffen. Boah, der Typ ist gefühlt zwei Meter groß. Ich bin jetzt auch nicht der Größte, aber er ist voll der Oxfad eigentlich, Mann. Pro Person sagst du, bei dem muss man das sagen. Ich habe schon einige. Ich habe schon einige. Rebellovic ist dann für Quality Control zuständig. Sehr stark. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch hier brutale High-Quali-Arbeiten. Ja, wenn so ein Deutsch-Rapper für dich schreibt, ist natürlich geil, ne? Ich hätte auch mal Lust auf sowas. Ich hatte ja auch überlegt, so mit Cades und sowas war was zu machen. Das Problem ist, ich bin komplett untalentiert, Digga. Gib mir einen Text, ich rapp den, okay. Vielleicht ist meine Stimme ja relativ angenehm oder so. Aber sonst wäre ich komplett raus. Ah, da fällt mir gleich der Ding ein. Amar. Amar? Oh, das könnte, das könnte sexy werden, Digga. Amar hatte ja doch einen relativ großen Skandal gehabt. Es gibt wahrscheinlich ein paar Buchstaben, wo wir ein bisschen weglassen werden. Sonst wird das so ein 50-Minuten-Track. Die interessantesten nehmen wir. Die, wo es Klicks gibt, Jungs. Die, wo es Klicks gibt. Sonst wäre auch ein Nordmann dabei, ein, sage ich wie es ist. Aber ich bin leider zu irrelevant, Bruder. Egal, irgendwann werde ich auch gedisst. Breitenberg. Bruder, ich mag dich, Breitenberg. Aber heute ist künstlerische Freiheit. Breitenberg kriegt safe irgendwas mit Money, Owned, Business, irgendwie sowas. Okay, wir schreiben jetzt Text und dann werden wir aufnehmen. Dann zeigen wir euch die Aufnahme, wie das aufgenommen wird. Ich distanziere mich hardcore. Ich bin nur wie Dings, Bruder. Wie so ein Malala-Kirer. Okay, hier nehmen die auf. Das ist der Diss-Track. Oh, es geht los. Ich bin gespannt. Nach vier Minuten geht der Diss-Track los, Digga. Läuft! Ah, euer Amjolo knallt heute Amar und den Abu Goku. Diese beiden stehen nur für die Kanna-Quote. Breitenberg erzählt, er hätte Chicas geklärt. Aber dieser Peach hat allerhöchstens E-Mail-Verkehr. Wie der Choleriker. Jan Broke, die Ober-Diva-Kurde rief mich gestern an. Er hätte gern sein Logo wieder. Okay, darum geht's. Darum geht's. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieses Herz und so... Jan Brokes Marke sieht so aus. Boah. Boah, ganz dünnes Eis. Gronk-Dissen? Boah. Ich will nicht sagen, aber da gab es mal eine Shoyoka, die hat was gegen Gronk gesagt, Bro. Und guck, wo sie jetzt ist. Ich wäre mies vorsichtig, Digga. Und den Scope ist fake wie Mickey's Sub Marathon. Jordan und Sammy machen aus dem Kinderzimmer Squid Game. Ihr würdet für 100 Subs beide auf den Strich gehen. Kuchen macht bei Blaulichtbrillen Marktanalyse. Aber ist sich nicht zu schade, Frauen zum Zahnarzt zu prügeln. Boah. Ich würde gerne die KuchenTV-Reaction sehen. Das war ja jetzt kein Diss, oder? Gegen Mark G. Bauer. Dann Twitcher. Was kommt noch? Zu Juhlo. Jumurta. N. So wie Niklas. Wallah, du bist mein Amigo. Dich werde ich nicht dissen, Bro. Dir schenk ich ein Bayern-Trikot. Bruder, der ist so zusammengeschlagen worden von irgendwelchen Nürnberg-Ultras, ne? Ich weiß auch nicht, was mein Problem ist, Bruder. Ich bin 30 Jahre alt. Verdien hiermit überhaupt kein Geld, aber bin so tief drinne, Digga. Das ist eigentlich nicht normal, oder? Gibt es noch mehr Leute, die in meinem Alter sind und auch so im Thema drinne sind und sich so gut in YouTube-Deutschland irgendwie auskennen? Sag mir bitte, ja, ich fühl mich sonst nie schlecht. Und wenn ich Papa platte, ernsthaft mit nem Streit droh, sagt er, what the fuck, Amin, this is actually nice, Bro. Rohat, dein fetter Arsch sieht aus, so wie Borat. Du ziehst dich an wie Travis, doch siehst aus wie ein Morat. Dieser Sydney denkt, er hätte Fußballergene und Skoros neuer Server ist wie Flughafen Tegel. Ich verfolge Skoros tatsächlich schon übertrieben lange. Also wirklich, damals noch, wo er bei Twitch gebannt war, hat er mal auf YouTube streamt. Das habe ich mir übel gerne angeguckt. Als er, hier, GTA Roleplay, das war immer witzig, die haben nur Scheiße gebaut. Er war da, wie hieß dieser andere Typ? Ich habe seinen Namen vergessen. Den fand ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie ist der übel in der Versenkung verspunden. Der hat immer so einen richtigen Dulli-Charakter gespielt, mit Schlafanzugmütze und so. Kennt er halt ein bisschen Bescheid. Aber da meint der Sparek, mach mal einen eigenen Server, Digga. Mein eigener Server, der wird voll geil. Nur geiles RP, Digga. Bis heute nichts gekocht. So wie Tisi, Schubech, ihr habt Klicks gekauft. Tanzverbot, ich geb heute Kredite ohne Zinsen raus. Alleine in Madeira für ein bisschen mehr vom Fluss. Uh, Unger hat seit Wochen nicht geduscht. Boah, da hätte ich irgendwas mit einer Katze eingebaut, Digga. So wie Zabex, wenn er schwitzt, ist gerade fett. Heute red nicht Klartext, du hattest Hype, das war's jetzt. Wenn ich zu oft Pause mache, ne? Habt ihr selber Schuld, Jungs. Gebt meinen Senf dazu, weil wenn ich mir nur das Video angucke, wäre ja lächerlich, Digga. Dann kann ich auch einfach das Musikvideo selber hochladen. Zabex Hype ist wirklich verrückt. Ich kenn Zabex noch aus der Meinungsblogger-Szene. Damals mit Lilano, da hat er immer übel Beef mit Lilano gehabt. Und da, muss ich sagen, fand ich Zabex nicht geil, Digga. Weil er so unfassbar arrogant da immer geraucht hat. Weiß ich nicht, das habe ich nicht gefeiert. Aber jetzt muss ich sagen, Zabex, wenn ich nicht abhängig wäre von meinem Job, würde ich wahrscheinlich genauso reden wie er. Aber wenn ich das sagen würde, boah, weiß ich nicht, was das mit meiner Karriere machen würde. Dann finde ich auch cool, dass er gerade so hype. Aber ich glaube, der Hype wird sich noch ein bisschen halten, Digga. Ich glaube nicht, dass der so schnell vorbei ist. Das ist, glaube ich, keine One-Man-Show. Dafür macht er zu viel und integriert sich auch instant. Also der ist ja überall dabei. Ich glaube, wenn du auf deinem Hype einfach sitzen bleibst und sagst so, ja, Digga, ich gammel jetzt zu Hause, mach nix. Aber der ist ja immer und überall dabei. Also der macht das genau richtig, richtig schön Cash-Absahnen, Digga. So wie sich das anhört, ist er auch keiner, der mit der Kohle jetzt hausieren geht. Der hat sich jetzt eine Karre geholt, aber ich glaube, bei 30.000 Subs, Digga. Die hat er aus der Portokasse gezahlt, wenn ich ehrlich. Aber wenn er das jetzt richtig anstellt, Geld nur vernünftig anlegt, Digga, in sichere Sachen investiert, konservativ das Geld anlegt, Digga, vernünftig zur Seite packt, so dass er eine passive Einnahme rauskriegt, dann könnte er in einem Jahr fertig sein. Würde ich ihm gönnen, aber ich weiß nicht, der kommt aus ähnlichen Familienverhältnissen wie ich, auch ziemlich im Arsch alles. Wunderbare, perfekte Familie, aber halt einfach kein Cash, Digga. Weil ich Kim bin hier draußen, natürlich bring ich diesen Text mit zwinkern dem Auge. Der Beat war geil. Vergiss nicht, dass alles nur Spaß ist. Nimm das mit Humor. Ich habe keinen davon ernst gedisst, außer vielleicht eins, zwei Leute. Aber ansonsten war alles Spaß. Ich küsse euer Herzen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Also, ich fand's cool. Mal wieder was Neues, wisst ihr? So ein bisschen, ein bisschen... Oh, wenn das überhaupt jemand bis hier guckt, Digga, ich bin zwei Videos. Ah, wird schon. Irgendwann, irgendwann, irgendwann sind wir auch da oben. Ich habe das jetzt mit Jambroke nicht so richtig gecheckt. Irgendwas mit seiner Marke. Ich komme da draußen, Digga, ich will auch keinen Scheiß labern. Guckt euch die Videos an, die hier jetzt rumfliegen. Wir sehen uns. Peace, Digga.